Ich kann mit den Naturwissenschaften beschreiben, wie das System Erde funktioniert. Aber ich kann nicht beschreiben, wieso es eigentlich existiert. Natürlich kann man dann sagen, ja, wieso, weil die Moleküle so und so sind, aber warum sind die Moleküle denn so? Und irgendwann, wenn man nur weit genug fragt, kommt man auf einen, keine Ahnung. Und da setzt für mich der Glaube auch an. Deshalb ist sie mit Mitte 20 zum katholischen Glauben konvertiert und Novizin geworden. Also eine Anwärterin auf Dauer im Kloster zu leben, weil sie hier Antworten findet.